Hallo meine Lieben, ich bin heute mal hier, weil mein Stativ auf Arbeit ist, egal, und ich habe das jetzt noch mit dem Licht ein bisschen anders. Heute soll es um meine letzten Bücher gehen, die ich gelesen habe. Es sind diese bei 5 an der Zahl, wobei ich eines nicht ganz solch gelesen habe. Ich wollte euch trotzdem von erzählen. Fangen wir an. Das erste Buch ist dieses hier, und zwar Higge, ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht, von Mike Wiking. Hier geht es um die dänische Lebensart, oder auch die Skandinavische. Und Higge ist einfach so ein Lebensgefühl, ein Zustand, eine Gemütlichkeit. Man kann Higge nicht wirklich beschreiben, es ist... Dieses Buch hat verschiedene Chapters. Der Schlüssel zum Glück, Licht, wir müssen über Higge reden, Gemeinschaft, Essen, Trinken, Bleiben zu Hause. Also Higge kann sich auf ganz viele Sachen beziehen. Es gibt auch noch viel mehr Outdoor-Higge und so weiter. Und ich bin einfach so verliebt in diese Lebensart und will unbedingt nach Kopenhagen oder einfach in Skandinavien. Ich finde das so schön, wie diese Gemütlichkeit einfach das Leben beeinflusst und die Zufriedenheit, die Lebenszufriedenheit. Es ist unglaublich inspirierend. Es hat Spaß gemacht anzugucken. Wenn ich was kritisieren müsste, dann wäre es, dass es irgendwie nichts Tiefgründiges war in dem Sinne. Aber man hat sich schon Gedanken gemacht über sein eigenes Leben und wie man das ein bisschen integrieren könnte. So mit Kerzen oder schön kochen mit Freunden. Geselligkeit auch einfach. Genau. Für das, was es ist, würde ich dem Buch aber 4,8 von 5 Punkten geben. Als nächstes habe ich hier To All The Boys I've Loved Before von Jenny Hand. Das habe ich geschenkt bekommen, das Buch. Und ich mochte es sehr gerne, wobei ich jetzt in das Alter komme, wo Jugendbücher von Menschen handeln, die jünger sind als ich. Also die geht ja noch zur Highschool und so. Und ich fange jetzt so an zu studieren, ne? Äh, bald. Wahrscheinlich. Ich werde dieses Jahr 20. Das war ein sehr schönes Buch. Dieses Mädchen schickt aus Versehen an all ihre früheren Geliebten Briefe raus, die sie eigentlich nur für sich selber hatte. Also heimlich geschrieben hatte und nie abschicken wollte. Und ja, das handelt halt darum, wie die darauf reagieren. Und was ich ein bisschen schade finde einfach, ist, dass dieses Mädchen so rumdruckst. So, statt einfach mal ehrlich zu sein, spinnt die da irgendeine Lüge auf. Und das finde ich schade. Und das würde ich nicht so machen. Was es auch sehr gut ausdrückt, ist, dass man sich in Menschen täuschen kann. Also manchmal hat man so ein gewisses Bild von jemandem oder denkt, der ist so und so. Aber meistens, wenn wir die Leute nicht richtig kennen, können wir eigentlich gar nichts über denen ihre Persönlichkeit aussagen. Und es ist wichtig, immer offen an sowas heranzugehen und an andere Hand zu gehen. Das Buch würde ich sagen... Oh, die hat die gleiche Bettwäsche wie ich. Ist ja lustig. Die hat diese Ikea-Röschen-Bettwäsche. Hiiii. Hiiii. Cool. Ähm, dieses Buch bekommt von mir 3,8 von 5 Punkten. Aber ich mochte es sehr, sehr gern. Es war schön. Ich habe auch gesehen, einige von euch haben es sich nachgekauft. Finde ich auch natürlich sehr süß. Dann das Buch, was ich nicht ganz zu Ende gelesen habe, einfach weil dann ein Buch dazwischen kam, ist dieses Buch. Ich habe jetzt den Vorderumschlag nicht drum, aber von Ludwig Adarke. Das Geheimnis der Lebensenergie in unserer Nahrung. Da geht es um die vegane Ernährung und er ernährt sich zusätzlich noch roh. Das ist ein Arzt oder ein Mediziner, wie auch immer. Und der ist schon sehr chakramäßig. So, die Sonne in den Gemüse und Lebensenergie in Gemüse und Photonen. So ist der ein bisschen drauf. Aber es ist sehr spannend. Und ja, ich mag solche Bücher, weil die immer wieder ein Manifest für meine Lebensweise ja auch sind. Und ich da ja mega dahinter stehe. Ob man das nun so sieht oder anders. Ja, da geht da ziemlich wissenschaftlich auch ran, aber auch irgendwie übernatürlich so ein bisschen. Es ist eigentlich ziemlich spannend. Und ja, aber teilweise wird es mir dann schon wieder zu... Ja, ich trifte dann ab. So, es ist ja keine Geschichte. Es ist halt, wie sagt man dazu, es ist schon sehr wissenschaftlich oder irgendwie gelaber, jetzt mal böse ausgedrückt. Und ich werde auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich werde das auch zu Ende lesen. Seid ihr so Personen, die Bücher bin, die einem nicht voll zu sagen, zu Ende lesen oder dann weglegen? Weil es gibt eigentlich so viel, was ich lesen will. Aber andererseits kann ich dann immer nicht... Also ich traue mir dann immer nicht, diese Bücher nicht zu Ende zu lesen. Weil ich finde, irgendwie jedes Buch hat es verdient, zu Ende gelesen zu werden. Wie macht ihr das? So, und jetzt noch zwei Bücher. Gott, ich bin so schnell herum hier. Die was ganz Besonderes sind. Und zwar... Harry... Oh. Harry Potter. Ich habe die ersten zwei Bände gelesen. Ich habe die beiden ausgeliehen. Die sind alles beides nicht meine. Der ist von meiner Cousine und der ist von einem anderen lieben Jungen. Ein Freund von meinem Freund. Woo. Harry Potter. Ich wollte schon immer mal Harry Potter lesen, aber ich habe immer gesagt, das lese ich zur Weihnachtszeit. Weil Harry Potter ist für mich Weihnachten. Aber das ist plötzlich gewesen, weil man kann das das ganze Jahr überlesen. Und ich muss mich... Also eigentlich würde ich jetzt gerne jedes Buch hintereinander weglesen. Aber es gibt andererseits auch noch so viele andere Bücher, die ich lesen möchte. Ihr seht schon, ich bin ein Fan von Harry Potter. Die haben mich gefesselt. Eigentlich bin ich ja kein so... Mensch, der gerne Fantasy-Sachen liest. Aber bei Harry Potter ist das was anderes. Es ist einfach so... Wie sagt man? Das ist was anderes einfach. Das ist so basic. Das muss jeder gelesen haben. Und ich habe auch alle Filme gesehen. Und schon beim ersten Buch, so die ersten Seiten, da habe ich mich schon richtig so stark gefühlt. Weil ich mehr wusste, als die Leute, die nur die Filme geschaut haben. Und Rebecca erinnert sich vielleicht daran, ich konnte... Früher... Also wir waren mal im Internat. Eine ganze Nacht hat sie mir einfach Harry Potter erklärt. Und ich so, was? Ich bin da gar nicht hintergestiegen. Und durch die Bücher... Bücher sind halt was Tolles. Das ist richtig tiefgründig. Und die Geschichten sind auch einfach cool. Was mich immer nervt, ist dieser blöde Malfoy. Malfoy ist so nervig. Ich wünsche, ich würde Malfoy nicht geben. Weil der nervt mich einfach übelst doll. Aber vielleicht wollte das die J.K. Rowling auch genau so machen. Und das Buch fand ich auch sehr gut. Die Kamera schreibt uns, das ist mein Lieblingsfilm. Von den Harry Potter Büchern. Und das Buch war auch sehr gut. Aber ich finde die alle sehr, sehr gut geschrieben. Die sind einfach geschrieben. So einfach zu lesen. Ich lese die auch auf Deutsch, damit ich einfach den Blot verstehe. Ich würde das natürlich auch auf Englisch lesen. Aber ihr kennt... Also das ist so verzwickt teilweise, dass ich da wirklich alles mitkriegen will. Der dritte steht jetzt auch schon in den Schadflüchern. Den lese ich jetzt gleich als nächstes. Und... Ja, Harry Potter ist für mich einfach so... Mut, Freundschaft und das Ganze. Das drückt das für mich einfach aus. Und ich finde, ich sehe so Leute auf, die so mutig sind. Ich könnte das... Was der Harry Potter an, das kann nie. Ich wäre schon lange tot. Und auch so Hermine, die immer so ganz leer. Und auch so unterschiedliche Unterschiede. Und... Aber eben, wie gesagt, diese tiefe verbundene Freundschaft. Das finde ich ganz toll. Und so zu Menschen wie Dumbledore. Zu denen schaue ich halt übelst auf. So, wow. Diese in sich ruhenden Menschen. Mega weise und schlau. Und... Einfach nett. Ja, ich habe auch früher immer das Harry Potter Hogwarts Computerspiel gespielt. Das würde ich auch so gerne mal spielen. Ich muss mir meinen Bruder fragen. Wie das hieß. Und... Ich glaube, das war das Computerspiel von Teil 4 oder 5 oder sowas. Boah, das habe ich stundenlang gespielt. Wirklich vier Stunden am Stück. Dann ist der Computer abgeschossen und mein ganzer Spielstand war weg. Das war schlimm für mich. Egal. Ich drifte schon wieder ab. Das war mein Du-bist-was-du-liest-Video. Ähm. Genau. Falls ihr irgendwelche Buchverschläge habt oder so. Oder irgendwelche Meinungen zu Büchern, die ihr wisst... Also... Diesmal möchte ich, dass ihr... Das Buch, was ihr als letztes gelesen habt, hinschreibt und wie ihr es fand. Und was ihr darüber denkt. Weil ich will nicht immer sagen, worum es geht oder so. Sondern ich will ja euch vermitteln, was die mir gegeben haben. Die Bücher, weil du bist. Was du liest und siehst und so weiter. Apropos siehst. Ich verlinke euch mal das letzte Du-bist-was-du-siest-Video in der Infobox, falls ihr das nicht gesehen habt. Da geht es um Filme und Serien. So. Jetzt höre ich auf zu quatschen. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssel. Und bis dahin. I love you very much. Bing. Tschüss. Tschüss.